Video auf Felix Kanner, heute spielen wir wieder Hearthstone und sind alle also ersten drei Gegner eliminiert und heute in dieser Folge wollten wir alle drei also die letzten drei Gegner besiegen und das machen wir jetzt direkt so Appelbatch, König Mugla und natürlich wir Jaina Prachtmeer okay okay es ist König Mugla, erledigt ihn so lange er meiner, bevor ich diese Karte ausspielen kann okay natürlich dieses Schweinchen, ne dann ist es tot ich glaube ich mach das immer so, immer wenn ich die Truppe nicht angreifen kann ähm, wie greife ich ähm ich brauche mehr Mana, bevor ich diese Karte ausspielen kann das wars also was ich jetzt sagen wollte ist ähm ich glaube ich tue erst wirklich die Karten benutzen nur gegen Truppen nur gegen Truppen also wenn das geht wenn ich äh die Truppe angreifen kann aber meine Truppen sterben dass ich dann den Boss angreife wie jetzt hier zum Beispiel Mann, hallo ich brauche mehr Mana, bevor ich diese Karte ausspielen kann Mann, Mann, Mann Beide Truppen weg ey okay okay Bananen. Toten. Wir machen 6 Schaden hier und hier. Gut. So, jetzt sind meine Truppen aber leider echt schwach. Hey, schon wieder. Und jetzt sehr. Boah. Geh, noch ein Ding. Was hält noch ein Leben? Der Fasswurf ist echt stark. Ey, ey. Ich hoffe, dass ich meine Ersendung sehe. Habt ihr was gehört? Was? Was? Moment, er hat so eine starke Karte. Da. Ja, ha, 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 Mann! Einsatz bereit! Hm. Tastingo! Ja, ha, ha! Geht. Mh. Ha, 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 ha. Bzz! Der Fasswurf, was hat der ganze mit seinem Fasswurf? Oh, der Feuerwehr wird jetzt schmecken, tschüss, hier, Butz, Butz, ist der Affe gleich tot, endlich, verwandt, ich glaube nicht, dass wir Muglasen nicht mehr gesehen haben, wie haben wir jetzt hier, sieht aus wie ein Panda, okay, so ein komischer Typ, okay, so ist die Kase Truppen eliminieren, bevor ich ihn angreife, okay, das kann noch nicht wahr sein, jetzt auf R anfangen, okay, 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 das habe ich noch nicht, oh, jetzt soll er nur einschaden, aber okay, am besten ist es nicht so gut, wie es geht, um die Diener zu töten, und dann, den Boss, also man könnte so beides gemischt machen, ja, anscheinend, das mag ich auch, hm, lieber mach ich ihn weg, weg, ich gehe doch lieber auf ihn, vielleicht sollte ich mich wieder meinen Büchern widmen, was ihr wolle, oder 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 ja, doppelt Verwandlung Die ist gut, die ist gut, die ist gut Also, denke ich Das Ding Ja Das ist kein gültiges Ziel Das ist kein gültiges Ziel Ah, nicht fair Das ist also die Verwandlung Oh Mann Lebt das Legt euch nicht mit Zorn an Warte was Wie soll ich dagegen ankommen Ach Gottsohn Ja Einsatzbereit Du lässt auch keine Ahnung Ja, okay Ich hab's verstanden Ja, okay Ja, okay Ja, okay Ey Das ist wirklich echt krampfhaft Wenn wir da jetzt ein Spott im Weg ist Kann ich eh nicht so gut angreifen Ja Ja, Mann Ja Ja